Hallo und willkommen zu Let's Battle Tower die Fels oder was weiß ich wieder das heißt Wolfs die Töts scheiße Söchtern aber auch vergessen und ich hoffe dass es ist endlich noch bleibt und zu er der NM ein Eier ich bin mit ihm mit die hier Böder wenn kein falschen Namen gesagt ich sag ne Böder ja ja bei den Pflanzen oder was es ist ja Böder doch mehr gibt es auch oder wir sind hier jeder zwei Teams sie für die Stochenmehl oder was ist denn das machen die Sto die Bauknochenmehl und noch nicht die Kür freilassen durch nämlich die geile Idee ja die haben alle schon dreimal auf Holz geklopft so ist es mal hier holt so ist es mal hier holt Akkamp Wachs zu scheißen Prozent Prozent drei Jahre später einer wie die alle drei mal auf Holz geklopft die Euro Schöpfung die Euro Schöpfung und schon 80 Milliarden Euro bekommt so ja auch zu den Waffen mal ja du ja das bringt sich jetzt aber schon noch schon viel zu den Waffen solch geht es hier zum steil der Berater nicht die Kür rauslassen ey was soll ich jetzt machen hier steigen hier steigen also erst mal was bauen hier ja bau hier erst mal steigen okay nächste steinwerkzeuge bei der die Machen ist jetzt Glück auf ja auch die Hälfte bei kurz hier ab auf er einfach den ganzen Stein weg einfach alles wegreißen Pauli Weg erzähl mal wie geht das Spiel wurde ich hätte nämlich nicht Prozent das sind Prozent es gibt es sowas zum Beispiel sei ja ja es ist eigentlich fast genauso nur dass die Wände halt nicht fallen ah da oben sind alle Worte da muss es sich für die Ressourcen oben ja da um sich immer besser es sagt und um es reißen Sands Diamanten das hat er zu besser sein das Sander der Mutter muss man aufpassen bei Sanderlob wenn der runterfällt so einiger Tomsort Gutes heiße Angelegenheit macht er schon da also eine Erwachsenung wurde ich äh wozu unrufen was ich hier oben ich jetzt mal mach es hier heisse alle die hier alle schon als heiße Angelegenheit machen und die und nicht verarschen unglaublich oder da muss man schneller sein gut die Frage ist wie Koma da jetzt zum Eisen schnell hoch Prozent Hochbau würde ich sagen mit der Erde ich habe mich noch zu interessieren ne die Erde brauchen wir bestimmt noch heiße Angelegenheit ach die Kraften oder ne warte haben einen Ofen gekraftet genau wie ich und schön warte gibt mir mal die äh Küh Spawner die Küh Spawner ganz genau Spawner Spawner haste sie wir brauchen noch 32 Weizen ne und wahrscheinlich für die Kühe zum Ficken werfen äh ha ich hab nichts gesagt nix ja ganz genau so da habe ich noch eine gute Idee die sperren wir jetzt hier einfach mal ein so alle hier einsperren damit uns hier ja keiner entwischt das lädt aber auch noch behalten so als brauche ich das zu den Waffen so warum mal die Cola ab ja ja warum hat die Cola ab ich kümmere mich zu die Kühe Kür was Fleisch weil ich hab jetzt langsam Hunger äh ich hab noch Weizen dann kannst du sie äh Liebe machen lassen dort erreicht euch bin Level 1 Level 2 ey warte mal nicht alle töten ok das 2 im Leben oh das sind schon Babykühle na die darf ich nicht töten die sind zu süß komm lass mich hochbauen ah la weh jetzt kommt da jetzt die Huren so hab mal neue Bäume gepflanzt ja ja toll Kohle super Fleischbraten los so Knochenmehl für nochmal Blätter Scheiße weil ich hab fast ich meine Hunger alle meine Hunger lässt es dauern das Problem ich brauche jetzt so viel Holz da brauche ich mich zum Eisenhoch auch sich zufrieden 23 Prozent Sessler 22 äh ja ja so und so ab die Kühe was reicht reicht ein Steck zum Hochbauern Holz ja das Holz wird euch nicht sollte sollte na dann brauche ich mich jetzt mal nach oben kurz und gucke ich die bekommen wenn ich dann habe ich Pech aber wird glaube ich ausgehen doch mal doch letztes Mal mal ja zu viel gespielt wird ist ich fall runter vom Turm warum ich entzieht zu einer Wind das ist um ach schei ach so dass er noch wassortet ist gut okay wird oben was wasser da hinten irgendwo gut ich bin beim Eisen das Wasser kann man für was auch zu benutzen oder aber ich brauche ich mit Eisenhoch hoch ne ich hätte scheiße ich hab mir eine Idee ich brauche mich gleich mit dem Eisenhoch und holt gleich die die aus und was sind die Gebäude halten so muss das alles erbraten die die es zu kriegen ja erde aber ich habe um mit ich habe oben die Frage ist wie für Steinbräume noch komm ich bin zweit doofen scheiß drauf das die Kroft die Tee wird auch noch in der Zeitgabe der Beschäden das zum so heißt Angelegenheit ich hab keine Kohle hier oben egal scheiß doch damals das kurz mit Holz ich brauche nur drei Stück ja und du wirst mit dem Eisenhoch bei der Wiederville das heißt er aus dass ich es brachte lassen dann runterkommt hat sie eh wieder abbauen wir ganz genau aber ist er bei dem Sand vielleicht äh wasser drin oder so äh ne aber ich glaub das fällt runter da oben ist irgendetwas das weiß ich nicht ja wenn es sobald ist berührt mit einem Block müsste es eigentlich runterfallen wenn nicht ich hab lange nicht mehr gespielt äh kommt 3 jawohl hat man drei Eisen muss ich dir in der Truhe äh äh ich würde nichts rein tun die anderen Spieler brauchen da kommen halt Sachen rein und ja da kannst du äh das ist nur das Haus was bei dir drin ist ne scheißegal ob deine in der Truhe ist oder irgendwie alles ist nur das Zeug drin was du reingelegt hast so ne ist aber wenn jetzt ne die Gegner mehr oder in der Truhe oder ja aber ich sehe nur das was ich selber reinlegen ach so wenn ich da was reinlegen würde würdest du es auch nicht sehen what the fuck eine Endertruhe und keine normale komm ich baue nur ein Eisen los gib ich baue mich jetzt gleich der Schmiedekunst erzielt da glaube ich ja ich hab meine Schmiedekunst weil ich baue mir jetzt gleich noch einmal dazu so warte ich baue mir die lieber ab weil vielleicht brauche ich die nur oben nein mit dem Stein nicht gerne hochbauen aber ich würde sagen mit dem Eisen weil das brauche ich gerade nicht weil oben sind sowieso Tiers Schmiedekunst okay das heißt was ist das für ein fetter ich bin warte es warte 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 verbrannte hö hö schön warte ich baue ich jetzt sofort zu den Tiers hoch und kommt dann sofort runter ne äh macht das ist da irgendwas drinnen ne Prozent ne könnte es sei dass da irgendetwas drin ist aber ich will das jetzt lieber nicht ausprobieren so ich bin beim die Tiers oben komm mal hier unten noch mal weiter die Dinger ja mann der Ziel jawohl ich fühl's schön dass du ja erster bisher das machst ja das ist gut weiß nicht wie gut es ist ich hab das Spiel nur so nie gespielt aber warte jetzt muss ich mich aber runter bauen aus dem Grund dass ich da unten Boden hab ja hinschmeißen könnte folgt technischer Fortschritt technischer Fortschritte ganz genau ja das ist dann wenn du äh Dings kriegst wenn du dir den Abhaus naja könnte es sein dass hier irgendwo Lava so 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 ich hab aber die guten Tiers was was ist in der Mitte ich meine das ich weiß nicht ob das Ding so leuchtet oder ob das nur meine meine Vorstellungskraft ist aber ich glaub da in der Ding ist Lava drin warte im Sand oder wat ja I think so warte ich brauch grade ich bin ich bin Level 14 Level 15 Level 15 Level 15 so warte Level 16 alle mit Diers kriegt wohl so viel so ich hab die Diers alle Perfekt alle habe ich damit am besten äh Rüstol Schwert würde ich mal dazu sagen hast du uns genommen gekriegt weiß ich nicht also 40 also 40 habe ich jetzt noch und unten liegen noch ein paar das heißt wir haben locker genug doch beim Sand da liegen ein paar aber ich hab jetzt kein ich will ich will sich austesten kann ja gar nicht runterfallen Junge ich mag sich jetzt draufsteig der Sand kann ja gar nicht runterfallen ich hab das sind Schilder drunter kann ja runterfallen nicht runterfallen das sind Schilder drunter ja was bringt mir das da da kann ich das sowieso äh ah ja Tatsache soll ich hin ne für was braucht man Sand für Glas oder was ja für was brauche ich Glas wiederum Alter da ist irgendwas drin ich sag's dir ja ich hab Angst oder leck mich doch warte 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 was du meinst ich guck da beim Gravel weil der hat der fällt runter warte warte ich mach mal die Schilder hier kaputt hier passiert gar nix nix drin nö ist einfach nur das ach okay ich hätte den Sand vielleicht auch zum Hochbau nutzen können fällt mir mal so ein ja aber es ist doch jetzt egal ich meine das Eisner ist auch sowieso aber ich hab hier unten nen Diamant gefunden echt geil ich hab mal so viele Bäume wachsen was nicht konnte gut also das Sand ist jetzt unten ja aber ich will das Prozent er ist ja es auch noch abkommen ich bin ich hab ich hab ich dort abgebaut ja auch ich hab alles Eisen abgebaut oder so ich hoffe ich falle jetzt nicht runter das gej ach so ja die eine aus großer Höhe gefolgt vor allem ist auch hoch wozu bräuchte dort ist alles und ich weiß es nicht mach einfach mal vielleicht kann man zerfällt Prozent Eisen und es ist es und warte ich Sander stört das Sand ein bisschen bitte game mode hä warum nix da Frage zum spektaten zum spektaten ach so so besser zuerst zum ersten Mal gestorben er eigentlich und so ich hab dort heißen für den den Stil bauernalde weil ich hätte mit dem game mode ist er auch tot er alle beide tot okay 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 ich weiß nicht aber das wird TPS erschlagen und so ich komme und so endlich von den Sandabjörn er machte so nenne die könnten sie finden ist die Bauer n das bringt dort vor Ort soll weiß nicht vielleicht er hat und zum und treu der Paulus Sander und dann kann ich mich da auch zu diesen Stages hochbauen das sind ja noch mehr Sachen so ich baue jetzt hier die Rüstung Dir Schwert falls das ausgeht 24 48 geht sich aus ich brauche 250 Dias ne wieso ich brauche 250 Dias für alles Sachen das geht sich aus hast du hab ich grad gerechnet aber vielleicht warte mal ich weiß nicht kann man sich nenne ne 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 verzauberstisch geht nicht ey wir haben keine Obsidian ja und Bücher auch nicht ganz kurz mit er hier oben kurz das als in Japan so Bambam 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 schade ne ich lege die mal hier in die Kiste so warte wo ist Sand gib mir mal Sand ich muss mich da jetzt nur hochbauen zu den Kisten wait a second please aber ich warte ich will ich baue mich warte aber was ich jetzt am besten noch mache warte ich hole mir einen Eimer Wasser so kurz er hat mich so einfach in die Kiste das ist das das ist das das ist das ich muss alles mal rein alles aber so was ich weiß nicht das Eifer hat oder braucht man das nicht äh wozu eigentlich nicht oder nee das braucht man zum Hochbau und eher so sind einmal Wasser nämlich ich er hat sie auch vor sich noch weiter Erde okay alles zum Hochbaut einfach mitnehmen brauche ich so ich baue mich jetzt mal hoch wie kommt ich da hoch dann nee nimm den Holz und nimm das Holz so kommt ja auch um vieres Deck raus müsste sich locker ausgehen so eigentlich könnte eigentlich weiter oben im Wasseraufzug so der Wasseraufzug stimmt was einmal damit hochkommen ne hat sie wieder einsammeln wenn ich oben bin und so auf stage 1 2 3 aber wir haben hier Bücher Erfahrungsflächen obsidian wir können einen Verzauungstisch kraften er soll ich komme dir mal hoch okay warte kam auch ja und mit einem kraftig table okay ich aber das wäre eine andere er hat ne ich hab kein ich hab vier ob sie die Jahre zwei dreißig jetzt schadet portels ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme wir können uns entschalten zumindest der Welt schadet und so ja ich habe lebe 17 und zweiunddreißig und schadet ich habe nur die Leiter ja hier hier ich habe hier 32 und schadet portels die kannst gerne nehmen auf da war da hatte ich bin ich habe ich habe erinnert wird auch was auf ich mache ich doch was jetzt wieder weg so ich brauche ich ja dann weiter hoch haute haute die level drauf los warte wissen wollen wir nicht zusammen dann kann man das so was davon oder wie wie baut man den ich habe ja schon genug level ach nee wir brauchen zwei Tiers hast du die mit auf ich habe mich jetzt gibt die Kiste alt alle gut es wird es auch immer da was es noch mal da was wird sagt die weg so zu verarscht die Portman die Nummer er darf ich habe schon wurde so Zaubertisch. Warte, wir können aber auch noch ein bisschen vergrößern hier. Du, Bücherregale oder was? Ja, klar, können wir auch noch craften. Wett mir mal so auf. Da drüben, was sag ich mit da drüben? Du hast Redstone und so'n Scheiß. Ja, ja, warte, warte. Hast du da kennen, was da oben ist? Nee, 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 leider nicht. Ja, ich guck auch gar nicht hin, warte. Leider nicht, Alter. Er steht da, ich habe gesagt, leider nicht. Da drüben, da über den Redstone-Erz. Komm runter. Kommst du mit runter? Geh runter mal, geh runter mal. Ich komm gleich, ich baue noch mehr Bücher. Regale. Gut, ich hab 17 Bücherregale. 18, weiß nicht wie vorkommen, dort reicht es komplett. Nee, 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 den Wasseraufzug, den lasse ich mal. Warte, ist das Fleisch gebraten? Ja. Warte, ich braue jetzt hier mal schnell den ganz. Und wenn ich einfach das Zeug hier in die Endertruhe tue, dann ist es egal. Kann doch eh keiner von denen sehen. Ich hoffe mal. Nee, lieber, lieber nicht. Tu's lieber in die Kiste einfach. Nein, nein, nicht. Okay, es ist eine Endertruhe, bitte. Level 12 kann ich verzaubern. Level 18. Nee, komm, ich will jetzt nicht so ein Ruhes Level. Weil ich auch noch meine Rüstung. Also mindestens auf Level 16. Jawohl. Schärfe, Plünderung, Haltbarkeit. Na, super. Ey, das so, ich kann so hohe Level nicht machen. Ja, warte, jetzt muss ich das mal... Ja, schön, ich kann keine Level 1 auf Verzauberung machen. Ja, weil du, du musst die, du musst, ne, verzaubertes wieder weg, da. Warte, 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 warte. Okay, aber wenn die dann auf einmal irgendwas Gutes haben, dann bist du schuld. Wenn du das nicht. Das reingelegt, Alter, vergiss es. So, hier, Level 1. Level 1, Schusssicher, Haltbarkeit. Haltbarkeit auf mein Schwert. Schuss. Schuss. Ja, schade, ich hab keine Verbrennung auf mein Schwert. Schärfe, Plünderung, Haltbarkeit. Schuss. Erwartet, ich brauch' Essen. Das stimmt. Schusssicher. Schuss. Wunderbar. Für Essen, in die Kiste, in die andere Kiste gucken. So, ich geh' jetzt wieder hoch und baue mich weiter hoch. Oh, sehen wir's. So, ich geh' jetzt wieder hoch. Vielleicht ist da oben noch was geiles. Aber wie viel Schaden macht das jetzt? 9,5. So, ich baue mich jetzt wieder weiter hoch. Welch gibt's da noch was tolles? Welch gibt's da noch mal ein Schanty Bottles? So? Ja, da oben ist Redstone. Wozu brauche ich bitte Redstone? Das ist eine gute Frage. Ich meine, so eine wie du kann ich sogar anfangen, wenn ich schaue. Nee, ich kann nix mit Redstone fangen, überhaupt nicht. Herr, Gott, ihr alle seid so... ...mein nausen Jungs. Schlechte so Redstone-Sachen. So, was ist hier oben? Äh, Bogen und Pfeile und Schwarzpulver. Hm, schade, könnte ich ihn bohren. Ah! Austrian IP wurde von Hot Wix zum Fallen verdammt. Nice! Good job, würde ich gerne mal sagen. Ja, good job. Äh, was haben wir hier drin? Seelensand und Spinnweben? Wozu? Oh mein Gott! Die sind, die sind ganz oben, die Huren-Söhner. Die sind ganz oben. Oh, Gott, du musst liegen, bis zur Seite waren, um zu kommen, ja? Warte, ich sneak mich vielleicht, könnte ich die runterschmeißen. Oss, ich sterb. Jetzt. Hast du, äh, hast du nicht gesagt, du hast Pfeile und so? Ja, ey. Alter, das sieht gut. Da, 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 da. Halb, hab ich jetzt geleckt! Fick dich! Ja, tot, geil! Bist du runtergefallen? mehr also so wird man keine Ahnung der Zürcher ja aber wie sich die da oben okay aber wie sich die da oben schon wieder verkämten bis zum geht nicht mehr als liebst jetzt liebst glaube ich eh nur mehr du aber einmal darf ich nicht ja befreien als geil ja und wie ich hab doch nicht kapiert wenn du eine tötest wo bist du zur Hölle aber so um natürlich die größte die größten Sieg geüner Leben wieder Passortisch ist mit Pfeiler ja dort das ist so er hat jetzt ist scheiße aus dem Grund ich hätte ich hätte glaube ich eh locker geschlagen aber ich hatte so ein Läck der hat sich nicht bewegt das ist ja passiert er hat nur Glück dass da unten Wasser ist weiße ich habe mich da am Rand durch Hochgeworden würde ich im Wasser reinfallen der Menschheit da oben ist der Typ da oben da oben da wo ich eigentlich hin wollte ich habe keine Ahnung was ich jetzt machen so und jetzt kommt irgendwie der langweiligste Teil jetzt ziehen die dort zu Ort von dir die Länge ja aber was muss ich jetzt machen ihr habt auch keine Ahnung ich muss nur feide du musst nur hoch und die töten oder du begeistert oder du begeistert Selbstmord und es ist vorbei ich kann die Pfeiler und das ist sein na und weil ich die Mitte Pfeiler und das schießt nach nicht treffen aber aber ich habe mich eingebaut ach der ist da oben jetzt ja ich weiß der ist aber der Redsor aber keine Pfeiligkeit nichts machen Problem wo ich da bin ich wusste nur können er wird oben es weiß ich dass er ist okay schon längst aber was in der Hand dort aber da oben kommt er auch noch so ist es war ich soll jetzt ich sage jetzt nur Apo und Julian so ich nur mehr kurz darf ich nicht sagen die kommen gibt es aber kein Bogen des Problemen in dem Sinne wo er sich schreckt ab genau Baudienhaus Baudienhaus kommt Baudienhaus er machte Baudi ein Haus A A Edoberau okay auch kurz hier sie ist das macht sich unsichtbar leckt mich doch jetzt ist eh schon vorbei A A Spor schlusses es ist doch schon egal da habe ich Verbrennung der hatte das Schweine Glück so so rutsch er geht bei BK es geht BK jetzt wird der entgegen Tötet euch durch die Wurden ja jetzt ist es doch vorbei oder nicht genau Tötet euch gegenseitig noch die Serien mit dem die Mieter er hat er die Zeit ich habe genau die Aufnahme auf gehört ja ich meine läuft nur noch auf ich auch unsere Lektron jahre ich hätte auch durchschnittlich locker untergeschmissen wird der Leckes nicht gewesen wäre er hat mich der nicht nur nach unten geschossen der hatte jeder nur da bitte da bitte und deswegen bin ich gestorben ohne Scheiß das war so nice so ist es sei sich rauskramt aber wie ich damit getroffen habe ne wie ich dann Daniel getroffen habe oh man ey das war ein nice game ich habe nicht mal bis zum Fomater verschießen müssen und wo man steht ja keine Ahnung was es überhaupt war irgendwo ist ja eben deswegen wollte ich ein Probespiel weißt du wicke zacke ich bin direkt nach ganz oben gegangen ja direkt am Anfang wo ich das Holz hatte aha und hab da direkt alles gelootet da sind wir noch Wolfseier ja also TSP und Argas oder wie der heißt Hager Hager ich war voll schlecht ich war voll schlecht wir sind am Anfang gestorben beide und wer war der Bitter wir also Doppel D also Daniel und David waren Bitter dann kamen Zickezack und Benni der hat mich halt ich habe kein einziges was das war aber wenn ich sehe das ist ein Spindweben Jungchen das war mal wurde eh verwirrt das war naja wahrscheinlich ich mache jetzt die auch nochmal so und ich werde das mit einem fetten Knall also ich sage jetzt schon tschüss also Leute bis zum nächsten Mal dann kann man wieder tschüss 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 tschüss